hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge lies of i new game mit dem kann man gar nicht reden diesmal das ist eine neue neue ich dachte, dass du dich zu verraten ist aber schau dir, alle inzügliche Bruder, zu sagen, ist verrückt wir sollten ihn für stärker sein, als er sieht warum nicht wir uns in den Regen spielen unsere Karten richtig und wir können die Villen, die regieren diese Region sie sind die Black Rabbit Brotherhood die Böden die die Menschen in den Regen zu verraten hier Wir haben gehört, dass ihre Schraubung mit Schraub ist. Und dann ist es ein guter Zeit, um diesen Ort zu liberieren. Sehr schönes Geld, nicht wahr? Alles, was du tun musst, ist eine Verkaufung. Das ist es. Alles, was wir können. Also? Du machst das? Gute Wahl. Schau dir unseren Gute Freund, Gato. Wir sind keine Schläuche in der Fisticuffs-Departement. Du gehst. Wir holen die Rehe und schauen für die Schraubungen. Schauen für die Schraubungen. Ich mag es. Lass uns kämpfen. Und was du denkst? Nicht schlecht, oder? Unser Dumbass. Oh, ich habe jetzt zwei Begleiter. Oh, ich habe jetzt zwei Begleiter. Oh, ich kann ihnen keinen Schaden zu kriegen, das ist gut. Interessant, dass ich jetzt zwei Begleiter habe. Das war schon wieder der Mike. Hallöchen, Mike. Ein Wunderschön mit. Wo wünsch dir. Schön, dass du da bist. Da ist er ja schon wieder, dieser Mike. leite glückchen ist auch dabei ja aber ich glaube irgendwann ist noch mal kurz weg bis zum mal kurz im ausland oder sogar dann wird mal gehört ja auch ein wunderschönen mittwoch zusammen mike du hattest doch mal gefragt den donnerstag hast du da bestimmt bevor oder wo man es jetzt hat was ist der grund warum hast du da mein freund ist egal dass man die beide als begleiter haben kann falsche seite wenn die auch reinfallen scheinbar ja die kommen da sowieso mit runter ich finde es gut dass ich die beiden nicht treffen kann nicht dass ich hier aus versehen um die faden zufüge oder so zentrock im multiplayer morgen schon ist aber auch nix anbrennen rechtkartusche arg das 1 Da weiß ich noch nicht, keine Ahnung Um uns ehrlich zu sein Weisig mich, weisig mich Habe ich mir ehrlich gesagt keine Echt jetzt? Und sie geht jetzt auch in ihre komische Pose Komm, wir setzen mich auf Dann warten wir gemeinsam Okay, genug gewartet Weiter geht's Keine Müdigkeit vorschützen Schade, ich habe gedacht, die begleiten mich jetzt bis zum Ende Aber anscheinend nicht Er hat wahrscheinlich hier das Logo gesehen Und dachte sich so Lieber nicht Das kann ich mir also nicht falsch werden Warum der da auf einmal so ein Rücks hier macht So, hier war es das ganz komische Ding gewesen Wo hier die Die zwei Scharfschützen draußen waren Oh 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 Alter So gut schauen mein Junge Oh 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 im toolt amulett die habe ich heute nicht ist der zwei jahre zu tun warum kriege ich da kein plus sind die amulette schon so gut dass man gar kein briss mehr dazu bekommt so leute wir müssen erst mal die die leute da weggneiden die hier oben ein bisschen rumstressen ja genau wie weit kannst du nochmal wird er schießen untergefallen schade ich dachte ich wäre schon dran nein, nein, bin noch nicht dran, bin noch nicht dran ich lasse den anderen jetzt erstmal da hinten wieder resetten sonst schießt er da die ganze zeit, ich komme ja nicht so hoch ja was ist los mit euch ich mache hier tausende Angriffe ok was der heck ist going on here wir wollen hier 15.000 Angriffe ich hoffe jetzt du payst auf dich du wohnst das ist richtig Aber hier geht's doch von weiter, oder? Jetzt bin ich von Außersehen in die richtige Richtung gelaufen. Und gehen wir hier nochmal hoch. Machen wir den da erstmal weg. Ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Dann machen wir den links. Wollen wir uns die Truhe, die wir da schon gesehen hatten? Ich habe sicher. Ja, komisch. Ja, ja. Noch mehr auffallen. Ja. So. Okay, das ist nichts. Da oben fehlt uns noch was. Dann müssten wir aber erstmal wieder komplett rumlaufen. Dann gucke ich kurz hier. Ach guck mal, hier haben wir sogar einen Shortcut. Das hätte ich den ja eigentlich schon aufmachen können. Egal. Okay. Merken. Er macht auch einen Knapp. Schnapp. Oh, wir haben einen Knapp. Geil. Komm, komm. Komm, 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 setzen wir in die eigene Falle rein. haben wir alles gemacht oben beim auch überall außer da was haben wir gemacht? das war mit der Sackgasse, oben waren wir Telefonnummer gemacht, wo wir da runterfallen sollten, haben wir ja immerhin schon mal den Short gehört. wir machen mit dem Hummeng wir machen mit Hummeng Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich bin wieder in die selbe Pfanne reingelaufen, ne? Gott sei lang sind die Fallen nicht tödlich, ey. Okay. Die Waffe ist schon recht lang, ne? Red Lobster. Ich hab mich gesehen, der dicke, oder? So. Okay. Zwei dumme, ein Gedanke, wa? Und, press wieder nix. Liefangriffe kann ich nicht. Ja genau, Alter! Komm runter jetzt! Junge, geh mir auf den Sack. Verpisst dich. Warum hast du nicht ein zweites Mal geschossen? Abgedrückt. Geh mir nicht auf den Sack. Geh mir nicht. Hallo? Oh, das ist ein Wunder. Ich dachte, es gibt noch mehr Survivoren. Ich liebe ein bisschen Kommerz, aber die Bossen... Sind Sie mit der Black Rabbit Brotherhood? Ich mag deine Honestheit, Kind. Aber du solltest wissen, dass wenn du nicht einer von uns bist, die Bossen wird dich an den Monstern geben. Wenn du mir ein bisschen was, ich fühle mich, dass du hierher bist. Wie ist das? Call es evidence of sincerity. Sure, we can do that too. Remember, it's not just hustling to survive, you know? Ich hab da... Eine Brotherhoods gar nicht? Ich hab da eigentlich alles eingesammelt. Hm, das einzige, was ich glaube ich nicht eingesammelt habe bisher, ist der Inhalt von der Leiche auf der Brücke, ne? Von dem kryptischen Gepäß. Hinnhof oder Rathaus? Da, was war's? Oh Mann, ihr Esel, war der fromm Rathaus? Da muss er ja, Mann. Da durften wir ja nicht weiter. Da geht's nicht da drin, ist so ein, dieser Beweis. Ich hab doch alles eingesammelt, der können wir nicht wechseln. Wo waren die Adresse schon wieder? Na, hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht ein Zurück? Was ist denn da noch eine Stufe? Was können wir denn noch machen? Was wollte ich machen? Oh, Technik, ne? Wollte ich machen, genau. Da. Was müssen wir denn noch machen? Ja, gut, Kleidung des Eulendoktors. Bei den Eulendoktors haben wir bisher auch noch nicht gefunden, ne? Weiß er nicht mehr, wo der ist? Und warum haben wir diesmal kein Abzeichen von der Schwarzen Barrowood? Oh, kann das Damals von dem MPC bekommen? Den wir jetzt am Leben gelassen haben? Hm, ich muss ich doch Bestechungsgeld zahlen. Hm, ich muss ich doch Bestechungsgeld zahlen. Immer noch dasselbe, ne? Na ja, immerhin ein kleines Ständchen. Darf man jetzt so? Ne, ne? Das ist so. Aber wir haben noch einen Punkt. Pulszern laden für tödliche Einwürfe verbessern, Schaden beim Entladen verringert den entlittenen Schaden, wenn Pulszern entladen sind, finde ich hier auch nicht schlecht. Oder wir machen hier Attributsverbesserung, Attributsleiden, Block Regenerationswiederherstellung aufwerten, ist auch geil. So, Waffenhaltbarkeitsverlust von Stichwaffen, Hiebwaffen, Farbe, Ladung für Auslaufverbrauch für Ladungseingriffe. Waffenhaltbarkeit. Legion von... Waffenhaltbarkeitsverlust von Stichwaffen, Schaden, 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 Schaden. und es kommt doch in der post warum haben wir diese münze nicht dass wir von dem was zum ding sind im schwarzen kaninchen ein trübes ergo ein buntes ergo ein leuchtendes ergo war gut gewesen hab ich die schon? hab ich schon shopkat durch Lagerung nicht möglich so dann kann ich sie dadurch dass ich sie ja schon habe wo ist sie denn nicht mehr wir haben den falschen schleifer drinnen wir kämpfen jetzt gegen menschen in der meinung säure ist besser bei menschen Leckos für die Puppen Feuer für die für die Kadaver meine ich und dann haben wir ja noch für die menschen haben wir ja auch noch jedes mal die fünf hunderten sind warum haben wir hier eine kanninchen gegen mich Ich glaube Ich darf nicht mal antworten So, wollt ihr mitmachen? Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr wollt So, First Try probieren wir das mal alleine Schaden gegen die Ausdauer Rack Was haben wir denn bekommen? Zeichen gerade drinnen Wir sind dadurch leichter Aber Schock Macht irgendjemand Schock? 301 339 Meistens kriegst du immer das, was dann auch gleich kommt Feuerschaden macht keiner, ne? Aber Elektro Elektro macht irgendjemand von den Wichsern Obwohl doch mal Kaninchen macht Die machen alle drei, ne? Die Kleine macht Säure Mit Kaninchen Der Ich nehme mal an Der Der Leader von denen Der Leiter Der macht Feuer Und Mr. Sperrgeil Der macht Elektro Aber Elektro fände ich am geschissensten So So, Heb oder Schlag? Der Typ hat eine Axt oder sowas, ne? Der Dicke Der ganz große Ne Ich bleibe bei Heap, glaube ich Probieren Oh ja Soll ich das falsch noch mit tauschen? So natürlich Mehr Angriff mit Babelslots Mehr Schaden gegen Menschen Ausdauer sowieso TP brauchen wir Allerdings nicht Max LP vielleicht Max Ausdauer Max Legion Erhöht die Menge von LP Ausdauer und Legion Ergo Erwerb, ne Technik könnte ich auch machen Noch mal ein bisschen mehr Schaden Dann wahrscheinlich Störungsschock oder Brechen machen die gar nicht, ne? Dann vielleicht Gegen physischen Oder kritischer Angriff Auf Ok, wir haben alles wirklich Ausdauer 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 Der hat Feuer Der hat Elektro Und sie hat Säure Ach Ach Jetzt sehe ich auch den kleinen Root Ok Ich habe vorher gar nicht so aufgefallen Ich habe vorher gar nicht so aufgefallen Dass jetzt ein Mini-Root hat Man sieht ja diese Cutscene leider nur einmal Weil die ein bisschen blöd finden Oh nein Keine Das ist nur der ist, Frau Du hast mich nicht mehr gesehen, dass du dich nicht mehr gesehen hast. Was ist meine? Meine! Geh mir vor mir vor mir! Okay. Ja, ist doch gut. Ja, ist doch gut, Junge. Meine Fresse. Mann, ey, dass sie immer, immer sogar treiben müssen. Weißt du, er hat eine Waffe, ey, die weegt 5.000 Kilo, aber er schwingt das Ding rum. Jetzt werde ich aus Papier. Hallo, ich habe eine kleine Idee, ey. Ich habe einen Kissen mit dir. Ja, ich weiß nicht. Oh, mein Mann. Hey, was ist die große Idee, die uns hinterlassen? Oh, ich wusste nicht, wir sollten sie nicht glauben. Vielleicht ein Cosplay-Spert und liegt weniger als es aussieht. Ja, aber dann müsste es aber auch weniger Schaden machen. Hallo, Luput. Aufh? Was ist das? Was ist das? Eine? di-Bil, brütt? Ah! 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 Ah. Ah no. Ah! Fuck him up, bro! It's my turn! Thank you! That's it! That's it! Come on! Come on! Come on! Come on! No! This scheiß Verzögerung! Let's finish this! Come on! Come on! Come on! Come on! Es tut alles weh, wenn du in die Augen bekommst. Sahne nicht. Was? Wessen Sahne? Zileine. Ja, ja. Können wir ja sehen, wer dafür bezahlt. Nur für mich. Eliminated. Verhöhnen. Was ist denn jetzt hier so ein leuchtender Ergokristall? Wie wissen wir wer? Jetzt habe ich denen gegeben. 10.000 hab ich den gegeben. Runter, drüber. Kann ich hier leuchten? Habe ich ihnen Brocken oder Kirstall gegeben? Wir haben Brocken, oder? Für 2.000. Einen wunderschönen Mittwoch wünsche ich euch allen. Wo ich es jetzt noch nicht gesagt habe. Ich bin, dass ihr da seid. Willkommen, willkommen. Daniel, Lupos, Tina, Sepp, Santhia, Mike. Ich bin, dass ihr da seid. Ihr wollt da bloß sehen, wie ich auf die Fresse kriege. Ihr seid doch ehrlich. Hier haben wir glaube ich, jetzt mal eine recht kleine, oder recht große Durchschrecke. Was Bosse angeht. Wir sollen schauen, wie schnell wir zum nächsten Boss kommen. Warum habe ich den Anstecker nicht? Wo war ich das? Wo war ich das? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Warum sollte man dann Souls-Streams nicht so sein? Man möchte doch die Leute fehlen sehen, oder nicht? Du hast keine Ahnung, wie froh ich dich zu sehen bin, Herr Stalker. Herr Stalker? Hallo. Es ist raus, aber ich könnte... Ich bin nicht dumm hierher, der hört sich an wie der Typ im Zug, den man da nach den Credits zieht, oder? Das ist eine Frau, der Baum. Das war mal ein Mensch. Stufe zurücksetzen, Peerorgane zurücksetzen, Booster injizieren. Hier, wenn man nämlich von der Seite guckt, sieht man es nämlich am besten. Da oben ist der Kopf. Da, wo die Früchte dran sind, sind ihre Haare. Da ist die Brust. Da ist sogar eine Hand, wenn man ganz genau hinguckt. Da ist sogar noch den Arm mit der Hand. Das war mal ein Mensch gewesen. Ich bin bei den ersten paar Malen überhaupt nicht aufgefallen, ne? Das sagt man, Mensch. Das wäre einfach nur ein stinknormaler Baum, oder? Nope. Mit dem Kadaver sind wir jetzt wahrscheinlich durch, ne? Ach, wir gucken erstmal, was wir jetzt brauchen. Wo geht's denn jetzt hin? Achja, Rosa-Isabelle-Straße geht. Kannst du jetzt was neu jetzt spielen? Wenn du aus dem Marlin-District kamst, dann hast du wahrscheinlich... Ich wusste, dass ich gerade viele Pistole in dem Hotel gehört habe. Ich werde Menschen haben... Danke für dich. Irgendwie viel Menschlichkeit haben wir schon? Noch nicht genug. Ich darf immer noch nicht streicheln. Krass. Das haben wir schon in der Tasche, ne? Das weiß gebranden Königs. Also, wir haben ja gerade gleich keine... Er hat keine Seele bekommen, ne? Keine Boss-Seele. Oder Boss-Ergo. Ich glaube, ich mich recht erinnere, müssen wir jetzt erstmal mit Gipetto reden, ne? Dann sagt er mir, dass irgendjemand, glaube ich, den Schlüssel hat. Oder haben wir den gerade bekommen? Du bist zurück. Aber warum nicht Stoda? Ich warte. Das, ich dachte, es war ein Ding für Erinnerungen. Wie viel Quarz habe ich denn? Das sieht man gar nicht. Nein. Oh, dann passt das ja. Ähm... Nach Polzzellen Gebrauch Farbe laden... Ergo-Verlust nach dem Tod? Neue Max... Max-Golden-Winzen jetzt hoch. Bam! Jetzt haben wir jetzt mal Wiederherstellung von Polzzen verbessern um 3. Was machen wir denn als nächstes? Wartenslot? Wartenslot? Tatsächlich nicht, ne? Ketten ausweichen wäre ein Ding, aber ich glaube, ich mache das erstmal. Erhöhte Überwaltbarkeit, Zeitfenster erhöhen. Könnte aber auch die Würfelverbesserung machen. Also die Würfelverwendung erhöhen. Früchte-Tage-Zeit verkürzen. So, das hier wäre noch ein Ding, ne? Würfelverwendungen vielleicht erhöhen. Höhen. Flütteslot. Ja, wir machen das hier dann erstmal. Ich hoffe, dass da noch nichts dran ist, ne? Das Ganze brav war ich ja jetzt nicht. Warte mal kurz. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Oh. Ich bin weggeklatscht und das ohne Sternenfragment. Okay. 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 Ich bin weggeklatscht und ich bin weggeklatsch. So mive zusammen. Ah ja! Ich muss nur Fahrrad kaufen. Das ging doch schneller als erwartet. ich hätte ja auch die uhr benutzen können ich gucke ob das jetzt geht nachdem ich die jetzt sozusagen offiziell bekommen habe das war gut GZ-Vep, neuer Rekord, 143 Rekord willkommen im Hotel At the House of the Night. I always will. I know my way around. I know my way around. Hmm. I'm still in the house of the Night. I'm still in the house of the Night. Oh, wow. Oh, girls! Sie verabschiedet sich. Ich glaube, ich werde diese Musik probieren. Für mich. Si j'ai mal au coeur, pour que tu puisses entendre ma petite voix, je t'entendrai, je t'entendrai, je t'entendrai. Je t'entendrai, je t'entendrai, je t'entendrai, je t'entendrai. Gib mir den scheiß Schlüssel! Let's go, meine Freunde! Okay, also, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben... So, dadurch, dass wir jetzt gerade keinen Boss haben, nehme ich wieder TP rein. Das können wir jetzt mal so lassen. Top-Brechen, Schnapp, das können wir nicht so bleiben. Das kann alles so bleiben. Rosa Isabel Street, the entertainment district. You might call it extravagant. Operas, operettas, street concerts, all running 24-7. Adelina Corday, the singer in the red dress. Oh, she was the most famous of them all, the legendary prima donna. Hmm, well, I'm not sure if she's still alive, so while the past tense makes sense, it's... Um, lasst Greg, Omori, we're going to doζ in water... Hmm... Oh, ich bin das, bitte. Ich bin das Ş Därthaus, ich bin das... Ich bin der, ich bin der, ich bin der Schemmache-Dof-Zinn-an. jetzt mal die hoch ne ohne sich gewiss jetzt sind wir beim 2 die 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 Oh, die Dämonen! Ich bin sicher... Oh, die Dämonen! Oh, die geht auch rechtzügig, ne? Mal gucken, wie lang... Ein Shortcut? Warum haben wir hier einen Shortcut? Kann man hier irgendwo runterfallen? Verstehe ich nicht, warum haben sie hier eigentlich einen Shortcut drinnen? Wenn wir hier drinnen sowieso noch Vollkast... So, jetzt wenn man hier nicht durchmischte oder so, weißt du? Ist das wegen dem Creepy Baby hier oder was? Die Dämonen hat Ist das denn eh immer noch nicht? wegen den creepy babies dass sie gesagt haben okay dann machen wir eine abkürzung dass die leute nicht gegen die kämpfen wollen jetzt haben wir uns eine idee warum sie da oben stehen die abkürzung gegen jemanden haben nicht hilfreich mit dem schnazen der türen ja kommen wir noch mal ja so geil wie die sich bewegen und auch damals schon so cool wie bei Resi 8 mit der Puppe diese typischen Puppen Bewegungen die sie da immer machen ja das wird doch so geil ich weiß gar nicht, warum ich den Schein über Puppe so ist nichts dahinter also dahinter schon aber drinnen war noch niemand hat genug weg mehr jetzt sind wir aber weit genug weg ja gut gut ja 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 Ich muss noch nicht mehr sehen, dass ich mich nicht mehr verraten habe. wenn ich da rein renne ich bin doch nicht befeuert wie schlecht nein helb aus hier ist ja die weisse lady leider hat kein keine captain die müssen schade wenn er dazu einige bosse einfach keine kapte Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. So, wir haben Exzidently haben wir jetzt... ganz gut oder teils wir machen jetzt hier verteidigung diese wischi musik aber ich bin so gut dass hier so die mtv mäßig da hilft nicht mit dem sie möglich ist wieder unten so eine pseudo firma denn irgendwelche claims macht man ja auch relativ häufig auf welche fake firmen denn die musik claim obwohl die gar nicht hingehört ich kann mir doch noch gut oh Der Timing ist genau richtig, ja bei der Waffe, immer wenn die abhauen will. Der Timing ist nicht so gut, aber der Timing ist nicht so gut, aber der Timing ist nicht so gut. Weg mit dir! Jetzt aber. Ich bin nicht immer dazu gekommen mit dem kritischen Schaden zu machen, ne? Schade. So, dann können wir wieder Puppenschaden rein. Jetzt kommen wir wieder Puppen als Gegner. Das war ein Stich ins Herz. Auf jeden Fall. Einige Abkürzungen bin ich manchmal ein bisschen komisch. Ich meine, hier ist klar, also kommst du dahinten nicht mehr hoch. Weil der aufgebaut war wie so eine große Ringe, ne? Aber andere Abkürzungen, die brauchst du nicht wirklich. Ja, macht das ja ein bisschen schneller, aber im Prinzip brauchst du die nicht. Nein. Haben wir schon. Geh jetzt zurück. Kamera. Julien, der Gentleman. Muss ich jetzt hier schon lügen? Nein. Du gehst in einem Ort wie dieser. Meine Frau liegt auf Rosa Isabel. Ich weiß, dass sie weg ist. Aber du bringst mir ihre Beziehungen? Ja. Danke. Die kleine Beziehungen wie diese geben mir etwas zu tun. Ihr Körper liegt auf Rosa. Ich liebe sie so viel. Es ist immer nur 16.000 oder immer nur 16.000. Ist da ein Pax drin oder ist das so unbegriffen? mit absicht. Da ist ja kurz jetzt jedes Level jetzt recht wie 1000. Wer hat denn da gerade so rumgebrüllt? Schade, dass ich die nicht mit einem Schmack wegkriege. Wauw! Alter Verweig! Ja, ich weiß ja was kommt... Ich bin schon wieder ein Level... Ganz schön flott... Kein Ernst? Ja, ne? Nein... War noch nicht mal da... Aber komischerweise, er konnte mich schon sehen... Und hat in meine Richtung geworfen... Da sind ja immer noch keine Löcher drin... Was machen die denn hier? Jetzt braucht doch da mal Löcher rein, damit die... Ach, diese Rohrstücke auch Sinn machen... Okay, okay... Sepp, flüster? Was? Wer flüstert? Was ist in der Borg? Was? 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 Ich bin bei dir! Irgendwas aushacken? Aber tja, lesen sie da leichte versprudeln? Okay, das ist ein bisschen mehr drin. Oh, jetzt mal den Shortcut. Oh, okay. also wenn er jetzt nicht gereicht hat dieser eine schlage das ist doch schon wieder verbindet ihr euch gerade hier irgendwie gegen die scharbeite warum könnte ich denn jetzt keinen Scham geben ja 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 da oben dieser eine ball rumsteht weg wollen ist nicht Schwergewichtsrahmen plus 1 ihr seid so hässlich ne ist von da oben gekommen we found it the black dress it's just a puppet it's not just a puppet it's a wave ich werde wahrscheinlich auch die blöde auch wieder mal so mein freund 32.000 damit kann ich bestimmt wieder zwei länder machen oder manchmal sollte langsam die sauna und manchmal gegen die wieder er erhöht sich immer nur um ein war oder so sagen gehen wir noch mal hier rüber und sagt die zeit ist soweit vielen dank fürs zuschauen leute bis zur nächsten folge